gewesen Oh, alle sind schon gelacht. Ja, ja, ich bin's wieder mal. Denlos! Na gut, aber ich hab ne Tech. Nein! Nicht wieder der Fallschaden. Ich brauch ne Sniper, man. Ich brauch einfach nur ne Sniper, kann ich hier abzischen. Ich brauch nur ne Sniper. Ich brauch wirklich nur ne Sniper. Dann zisch ich hier eigentlich ab. Um das mal anzugucken. Oder ich geh schnell einmal in die Spielwiese rein. Das sah doch so krass aus, man. Wieso ist das einfach ne linderne Kugel eigentlich fast überhin zu ziehen? Was einer auf den mit Energie gefüllt werden soll, damit es schneller explodiert wahrscheinlich. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Das macht Sinn. Dass sie diese Energie benutzen dafür. Nicht für was anderes. Weil Tornado Theorie macht jetzt keinen Sinn mehr. Damit... Es ist jetzt was anderes, ne? Tornado Theorie macht keinen Sinn mehr. Dann... Damit ist diese Theorie... Theorie aus. Die kannst du komplett vergessen. Weil wenn da oben schon lilanes Teil ist... Wann... Was... hat es bitteschön damit zu tun mit einem Tornado? Er hat ne Sniper. Genau das brauche ich. Du bist mein Bot, Digga. Wo ist mein Bot? Nein, er ist schon im Sturm versunken. Ich seh's nicht mehr. Nein! Da! Da! Ne! Es ist weg wegen dem Sturm! Nein! Er wird das mit Absicht gemacht sein! Ich mein's ernst! Es wird das mit Absicht gemacht wurden! Nein! Ey, wie schnell muss man dafür sein, Mann? Die Zone schließt sich so schnell. Wie schnell muss man dafür sein, um schnell den Handlanger umzubringen und dann sogar noch schnell dieses Teil mit Sniper zu scopen? Wie muss man dort landen, Digga? Du musst direkt bei diesem Snipertypen landen. Anders geht's nicht. Weil sonst kriegst du das nicht hin. Richtig crazy. Richtig nervig gemacht. Das Spielwiese kannst du dich ja hochbauen. Ich weiß, aber passt nicht in diesen Spion. Weg mit dir. Ich hab dich nie da gefetzt. So, ne kleine Sniper. Ich weiß nicht, ob ich das von hier noch irgendwo sehen kann. Sieht auch so aus, als würde das schon weg sein. Puh, dieser Sturm, ne? Du musst halt so perfekt Timing landen, damit du das hinbekommst. Du musst perfekt Timing König sein, um das hinzubekommen. Also wenn ich mir jetzt die Bunker angucke, sie haben sich nicht geändert. Aber warum ist dort hinten ein Loch gewesen? Das ist interessant. Das Einzige, was vielleicht geändert hat, ist diese blauen Teile. Mehr nicht. Er hat sich nicht geändert. Nur diese blaue Teile. Teile. Und morgen ist dann wieder Custom Games, ne? Auf meinen Kanal, ne? Die Bunker haben jetzt nicht viel mit Doomsday zu tun. Das ist das mit Doomsday, was es eigentlich auf sich hat, ist hier irgendwo, was jetzt im so verschollen ist, dieses lilande Loch. Das hat alles den Zweck da drüber. Ich will die rosa Teddybären. Gibt es die eigentlich noch? Nein, rosa Teddybären. Die sind weg. Könnt ich doch gerade in die Hand einmal nehmen. Und die sind schon weg. Geil. Wir haben schon nach dem Spiel rausgebacken. Wie kurz muss man etwas reinpacken, Mann? Wie kurz? Ist es vielleicht dort, wo Laserbeagle das, soweit er das geschafft hat, weil er mal irgendwo hier, ne? Ne. Ist dort nicht mehr. Ist weg. Ist komplett weg. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht krass. Wie viele gekämpft. Ich weiß das. Ich hab... Ich... Warum? Ich hab ihn nicht mehr gesehen, Mann. Hat irgendjemand hier noch unten für mich ne Heavy-Sniper dabei? Irgendjemand. Von euch Spinnern. Das hat wehgetan. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Komm, gib mir ne Heavy-Sniper. Heavy-Sniper. Heavy-Sniper lokalisiert. Nein. Oh, Mann. Ich brauch doch nur ne Heavy-Sniper für die Quest. Allgemein. Oh, neuer Helikopter. Bruh. Ah, nicht den hab ich einfach benutzt und fertig. Au, der, der Glas ist weg. Shit. What the heck. Angriff. Headshot. Hat damage bekommen durch dieses Teil. Alter. Was macht der da? Was macht der mit mir? Oh, Digga, okay, er macht den gemeinsten Spieler der Welt. Ich musste nicht mal zögern und das war ein Headshot. So lost können manchmal auch Spieler sein, dass sie wirklich so dumm sind. Um nicht checken zu können, ich habe eine Spass 12 und Spass 12 macht wahrscheinlich Wundelt. Warum checkt das keiner? Das muss man doch checken. Warte, geht das? Das hat fast geklappt. Das war so eine Sekunde, die mir gefehlt hat. Nächstes geschafft. Und das letzte Sturmpolster und alle sind weg. Fertig. Ich brauche irgendein Bigness, mann. Bigness wäre wichtig. Und Mets. Mets. Auch noch. Bigness und Mets. Erstmal Heavy-Sniper-Schützer und brauche Bigness. Und dann brauche ich noch Mets. Genug. Oh, Pilze. Perfekt. Ich bin immer Heavy-Sniper. Bin nicht mehr auf die Heavy-Sniper. Perfekt. Drei Pilze zum Safe gehen und perfekt. Farmen. Also mein Bruder hat jetzt auch einen neuen PC bekommen. Eigentlich mal einen PC. Einen eigenen. Richtig nice. Er hat Windows 10 Mini bekommen. Ich habe bei ihm selber gesehen. Es sah richtig geil aus mit dem ganzen Microsoft Store. Und da gab es richtig viele Spiele. Fortnite gab es leider nur da drauf für Xbox. Aber man kann halt natürlich auf Internet-Workseiten darüber gehen. Auf Microsoft Edge gehen. Da kann man sich natürlich auf Fortnite herunterladen. Aber schade, dass man sich das nicht über den Microsoft Store herunterladen kann. Über den PC. Der PC wäre so geil. Wer knallt mich denn ab? Ey. Okay. Hinter mir. Ich fahre erstmal den Busch ab und dann geht's los. Erstmal meinen Arm kratzen. Oh. So. Let's go. Ah, der ist dort. Er ist komplett lost. Er ist komplett lost. so schnell geht es und ich bin gleich Level 180 nur noch 6 Level hab ich den Brudos Full Gulden er wird richtig nice sein ich hab ihn fast Full Gulden auf 6 Level auf 6 Level muss man den Loot Shop mitnehmen eingebaut zack zack zubauen zubauen und dann schön die Planke wegnehmen nimm die Planke doch weg jetzt dann durchsuchen man das ist nicht gut mach ich mal wieder zu es ist ja jetzt genau der Weg das hier nicht eigentlich vorhin brauchen könnte ey Perfekt Perfekt doch in einem Raketenwerfer kann ich etwas anfangen ein paar Gegner zu verarschen Trump Gun Raketenwerfer Trump Gun Raketenwerfer wird richtig gemein sein wenn ich das die ganze Zeit die Kombination mache dann ist ja gerade erst mal eine erste Runde ne wenn das epischer Sieg wird das wäre richtig nass vielleicht müsste ein ganzer Rote Gegner kommen ich hab mich das Trump Gun erstmal bereit ist ja auch ein Fernkampf aufgestattet steht sogar ein Fernkampf Schumgewehr auf ganz crazy steht eigentlich bei fast jeder Waffe hier steht hier steht aber Schrotflinte und hier steht Raketen ne das ist ein Sniper steht hier ist eigentlich auch logisch dass es ein Sniper eigentlich ist ist eigentlich ein Sniper so ein Raketenwerfer damit kannst du sehr weit schießen aber weiter als weiß nicht was du kannst durch Welten ballern du kannst die Welten durchballern Erspassler bleibig Erspassler bleibig Spass 12 was soll es eine gute Waffe ich mal einmal nicht diese epische Taktische einmal triffst du damit und der Gegner ist tot so und der Treffen wird der Treffen damit ich so los sein er ist nicht los und check natürlich ich lass mich nicht treffen das ist wenigstens gecheckt manche checken das bei mir nicht mal ich hab also Gegner gehabt Raketenwerfer geschossen hat sich gecheckt also bei meinem Bruder war das so bei meinem Bruder war das, genau so, bist du bereit für noch einen Raketenwerfer? und das wird alles weg so spielt man Fortnite Raketenwerfer ich komme auch noch mit Raketenwerfer, um mich runter zu wallern und High-Ground High-Ground gesichert er ist geschossen er hat so gefällt oh mein Gott oh mein Gott, nö also wie hat er das bitteschön geschafft? dass er sich eigentlich gerade selbst umgebracht hat ein auf den er hat sich selbst umgebracht er hat sich einfach selbst umgebracht ein auf den wer schon tot gewesen war die haben 2 1 2 Das ist ein Genieus! Einfach denken, dass ich das Teil extra einbaue, damit ich später fliehen kann von ihm. Dann schießt er das mit Raketenwerfer ab und dann kriegt er so eine Backpfeife, man. Es müsste direkt hier sein. Also ich sag, ich bin komplett falsch. Ja, ich bin komplett falsch. Ich bin nicht... Oh, ich bin doch falsch. Kein Aim! Und jetzt... Ballern! Da, 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 da! Ich hätte ihm gern gerocket-rided jetzt. Ist ja zu nice gewesen. Hey, zeig deinen Kopf, zeig deinen Kopf! Komm, zeig deinen Kopf! Zeig deinen Kopf! Zeig deinen Kopf! Fertig! So! Diese losten Gegner, Digga! Diese losten Gegner! Meine Güte! Nimm mal Fortnite spielen können! Wissen nicht, was Fortnite ist, ne? Warte! Paketenwerfer raus! So! So! So!